so oder sind wir wieder gestern war ich noch in der garnition ich bin schon mal jetzt kurz offline beziehungsweise offscreen hierhin geflogen wo wir hin sollten oder hinwollten das war das nächste wir sind jetzt hier am stein zahnbus da hinten die quest abgeben was ist denn hier los? Krieg? ich spreche mit dem blutfuhrer im stein zahnbus ich hab nix getan, guck hier nur usher holt aufgeregt wir sind hoffentlich nicht hier, was habt ihr hier zu suchen? der ist aber ganz wortkarg hier drin hab ich gesehen, gibt's ne quest so, die nehm ich jetzt gleich kann ich helfen was ist denn hier? irgendetwas über sich da ist hier gebacken sprecht mit matrone suma das ist quasi sumatrone so, wo sind denn die nächsten? da ist einer ach da hinten roter gerbefell ist das hier einer? wahrscheinlich nicht, ne grüße kommandant einer, aber da hinten ist einer sehr schön oh, da hinten spricht mit dunker frostmähne es ist ein guter tag zum kämpfen ja, machen wir jetzt können wir die andere direkt mitnehmen passend mit meinem frostwolf worg es ist doch ein brütling schnauze 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 meins 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 motherfucker wir killen einen rar wir killen einen oh er killt uns jetzt hier rar wir killen einen rar dieser zauber ist vöglein vöglein an der wagen öh was nein wo bist du wo bist du nach südosten nie ohne schuhe nach da irgendwo wo check das mal kollege oh was wo wird das denn jetzt hier so hallo lächerlich mein gott äh nein wo ist der rar hin der rar ist weg dreckskacke scheiße da ist er wieder voll are you serious wieso ruckelt denn das jetzt hier so 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 nochmal dieser zauber ist noch nicht bereit gräbt sich nach südosten da ist er ja so bitteschön hier jetzt für in inferno dieser zauber ist noch nicht nach norden da bin ich dabei hey öh nein da ist er doch kann ich noch yeah erstmal kurz das petal hier rauslaufen kann ich noch nicht tun ich habe kein ziel tot was gibt's feines checke ich jetzt ab wenn der tot ist hier kann die laber ich brauche jetzt mehrfach schon ha 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 krasse scheiße und ich kann es nicht benutzen auch mit h hier mit in mit nem Zauberer gemacht. Verschwendete Zeit. Wie, was? Nicht mehr rar? Ich mach das einfach noch mal jetzt. Weil, ist ja einfach. Naja... Der taucht nach Südosten ab. Na, wo das wohl sein mag? Gib mir sofort das nächste Epic. Einen guten Tag. Aua, aua, aua! Aua, aua! Na, jetzt taucht er wohl nach Norden ab. Na, heilig mal mein Pack. Da ist er ja. Tödlicher Schuss! Der war wirklich tödlich. Mann! Nein! Das gibt nichts! Nein! Egal. Gut. Versuch was wert. Bitte. Der kommt ja jetzt gleich wieder raus. Moment mal, Leute! Stopp, stopp und stopp! Das lebt immer. Das lebt immer. So nicht. So. Hier müssen wir nämlich mal eben einen befreien. Da kommt jede Hilfe zu spät. Dann gehen wir jetzt nach da hinten. Denn da wird bestimmt Hilfe nicht zu spät sein. Was ist denn mit ihm los? Nö, nochmal hab ich keinen Bock. Krass! Was? Ja, ja. Da hilft kein Nölen und kein Neckern. Ich hab's hier. Knöppel Deckel. Ich kann's noch von früher. EWL fahren. Tup, tu! Pam! So. Hier checke ich das jetzt. Da, der will nicht reden. Dann gehen wir weiter. Weiter nach da. Und ich flieg, flieg, flieg. bah Goog. Uhhh. Mhm! Irgendwas stimmt hier eigentlich nicht. Buh, tschuk, tschuk! Tschuk, tschuk! Tschuk, tschuk! Ja, ja, der Sprecher ist ja klar. Achso. Ja, die Schnauze, blöde Hunde. Hier oben ist bestimmt... Oh, da oben. Da oben geht's rund. Mein Hund ist tot. Da muss er noch. Bis der wieder da ist, ist er tot. Da müssen wir hin. Da sind ganz viele Köter. Schweine. Niesanfälle. Mitten im LP. Schon wieder. Ist ja da. Muss echt nicht sein. Jetzt der Monitor vollge... Den hätten wir auch. Pass auf. Hier legen wir mal ne Falle hin. Den schubsen wir weg. Und den natzen wir. Und den natzen wir. Hohohohohoho. Interessant. 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 Jagd von der Donnerfürsten. Hier muss ich noch was untersuchen. Feuer und Donner. Donnerdoria. Hier. Hier. Hier gehen wir mal durch. Hier gehen wir lang. Hup. Hätte ich hochgemusst. Verdammt. Verdammt. Locker. Ich bin hier. Schließt du Locker in den Eishaufen gehen auf. Wir kämpfen gemeinsam. Aber erst gehen wir dann mal zu vier. Wie lange sind die noch unterwegs? Weiß sieht man das irgendwo? Zehn Minuten. Was ist das denn hier für einer? I. 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 Grondo. Der hat weniger als der gerade eben. Soll ich's mal wagen? Ich wag's mal. Grondo, bleib stehen. Das ist zu weit entfernt. Das liegt immer noch. Das ist noch nicht mehr. Halt, stopp. Ja, da musst du weg. Uhuhuhu. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das kann ich noch nicht tun. Töltiger Schuss. Töltiger Schuss. Da liegt der Gron im Dreck. Da liegt der Gron im Dreck. So, das Kopfgeld hätten wir schon mal. Da müssen wir hin. Dunkelspeerspalte. Ganz ruhig. Ja. Ja. Schatten hier ja rala. Nehmen wir die Quest an. Auf dann. Was ist das hier für eine? Ruhesteinmeisterin? Den guten Staubmann. Ja, komm. Redet mit mir. Und tschüss. Tschüss. Kann man hier schlafen? Nein, aber hier kann man hinfliegen. Hallo. So, in der nächsten Folge machen wir dann Quest. Eins, zwei und drei. Bis morgen. Tschüss. Dies. Tschüss. Tschüss.